Prostadine, eine revolutionäre Lösung für die Gesundheit ihrer Prostata. Hallo und herzlich willkommen. Heißt du Adalbert und interessierst dich für die Verbesserung deiner Prostata-Gesundheit? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video stellen wir dir Prostadine vor. Ein revolutionäres Nahrungsergänzungsmittel, das auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt wurde, um die Gesundheit deiner Prostata und dein allgemeines Wohlbefinden zu verbessern. Warum ist Prostadine so einzigartig? Prostadine hebt sich von anderen Produkten auf dem Markt durch seine einzigartige Formel ab, die 9 kraftvolle natürliche Inhaltsstoffe kombiniert, die synergetisch zusammenarbeiten, um die Gesundheit deiner Prostata und deines Harnsystems zu unterstützen. Noriati, Wakame, Kelp und Bladderac. Diese Extrakte liefern wichtige Nährstoffe, preparieren und erhalten ein gesundes Harnsystem und besitzen antioxidative und antibakterielle Eigenschaften, die Giftstoffe bekämpfen und einen starken Urinfluss fördern. Dägepalme, kant für ihre nierenunterstützenden und antimikrobiellen Eigenschaften. Granatapfel-Extrakt, unterstützt die Durchblutung und den Testosteronspiegel. Jod, wichtig für die Schilddrüsenfunktion und die allgemeine Gesundheit. Shilait, ein Mineralstoff, der die Gesundheit des Harntrakts und der Prostata-Funktion unterstützt und antioxidative Vorteile bietet. Zusätzliche Vorteile von Prostadin. Schnelle und effektive Ergebnisse. Prostadin wirkt schnell und effizient, um die Symptome der Prostata-Vergrößerung zu lindern und die Gesundheit des Harnsystems zu verbessern. Natürliche und sichere Formel. Prostadin besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen und ist frei von schädlichen Chemikalien oder künstlichen Zusatzstoffen. Eine Nebenwirkung. Prostadin ist sicher und hat keine bekannten Nebenwirkungen. 60 Tage Zufriedenheitsgarantie. Kannst Prostadin visikofrei ausprobieren. Wenn du mit den Ergebnissen nicht zufrieden bist, erhältst du dein Geld zurück. Bony Kidney Restore. 2-Day Flash Detox at Home. Ein Leitfaden zur Entgiftung deiner Nieren in nur zwei Tagen mit natürlichen Kräuter- und Gewürzmischungen aus deiner Küche. Rockstar Libido in 7 Days. Ein Leitfaden, der dir zeigt, wie du gewöhnliches Wasser in den kraftvollsten natürlichen Viagra-Booster verwandeln kannst. Sowie einfache Gewohnheiten, die deine Ausdauer um bis zu 41% steigern kann. Erfolgsgeschichten. Prostadin hat bereits vielen Männern geholfen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zurückzugewinnen. Lies die inspirierenden Geschichten von Tom Stevenson, James Richards und Charlie Williams, die ihre Erfahrungen mit Prostadin teilen und beschreiben, wie es ihr Leben verändert hat. Warte nicht länger, um deine Gesundheit zu verbessern. Bestelle Prostadin.